Ja hallo und herzlich willkommen. Ihr habt mich ja gebeten, dass ich mal wieder ein Blender Tutorial mache und da habe ich mir gedacht, mach doch mal eins über Bäume. Wie zeichnet man jetzt so einen komplexen Baum? Also keinen Baum so mit Zylindern und obendrauf eine Kugel aus Primitives, sondern wirklich einen richtig schönen, fotorealistischen, komplexen Baum. Ja und da habe ich so ein gewisses Tool entdeckt und damit ging das ganz schnell. Und das möchte ich euch heute mal zeigen. Starten wir jetzt erstmal Blender. Ich habe hier die Version 2.9.3.1, benutze Linux Mint, aber das sollte ja auch alles egal sein. Hier habe ich so einen Würfel, den lösche ich erstmal. Ich habe gerade schon gesagt, ich wollte heute Add-ons benutzen. Das sind so kleine Skripte, was heißt klein, das können auch sehr große sein. Ich denke, was jetzt hinter den Add-on steckt, was ich jetzt installiere bzw. aktiviere, da wird schon eine Menge Arbeit drin sein. Aber dass man das auch mal huldigt und wie sowas geht, das möchte ich euch kurz mal zeigen. Blender ist ja in der Programmiersprache C bzw. C++ geschrieben. Das ist so die schnellste Programmiersprache, die ich kenne. Die ganzen Anweisungen, die kann man Skripten, sprich aufschreiben mit der Programmiersprache Python. Wir sind jetzt hier keine Programmierer, aber ich möchte euch trotzdem mal einen kleinen Einblick geben, wie sowas funktioniert. Und dann werden wir die mit Gebühren benutzen. Hier oben habe ich mein Scripting und dann habe ich einen Text-Editor. Den habe ich hier, den schiebe ich jetzt mal klein. Da kommt eigentlich das Programm rein, meine Programmiersprache Python. Hier links habe ich eine Konsole. Das kennt ihr, das ist die 3D-Ansicht. Und hier unten habe ich dann meine Befehle. Und ihr seht, da haben wir schon den ersten Befehl. Da steht irgendwie was von Objekt, Delete. Ich habe nämlich gerade den Würfel gelöscht. Könnten wir ja mal eben auf Add gehen und wieder einen Würfel erstellen. Add Mesh und dann auf Cube. Und jetzt sehen wir hier plötzlich einen neuen Befehl. Beziehungsweise eine neue Befehlszeile in diesem Python. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich die auch kopieren. Copy. Und das ist meine Kommandozeile. Das kennt man von Linux aus dem Terminal, von Windows aus dem Command-Com. Jetzt füge ich diese Zeile einfach mal hier oben rein. Paste. Und jetzt werde ich hier ein paar Werte ändern. Fangen wir mal vorne an. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist wie Blender-Python. Und dann ein Mesh. Ja, wir haben ja ein Mesh erzeugt. Primitive Mesh. Ein Würfel, Cube. Den haben wir hinzugefügt, geedit. Und die Größe ist 2 von dem Würfel. Dann machen wir da mal eine 1 raus. Das Ganze geschieht in der World Location. 0, 0, 0. Dann nehme ich meine 4 für die Z-Achse. Und ich skaliere den mal 3 in X-Richtung, 2 in Y-Richtung und 1 in Z-Richtung. Und Enter. Und da seht ihr, den Würfel habe ich gerade mit dieser Befehlszeile erzeugt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich möchte zum Beispiel 5000 von diesen Würfeln erstellen. Dann nehme ich in der Programmiersprache so eine Bleife von 1 bis 5000. Und diese Zeile, diese eine Zeile kommt dann dazwischen. Weil darum geht es ja heute gar nicht. Wir wollen ja diese Add-ons benutzen. Den gehen wir jetzt erstmal wieder auf Layout. Den löschen wir mit X. Und den löschen wir auch mit X. Was sind Add-ons und wo finde ich sie? Ich muss dazu unter Edit, also bearbeiten. Und dann meine Einstellung, die Preferences. Und hier sind sie schon ausgewählt. Official und Community. Hier oben haben wir das Interface. Da kann ich zum Beispiel die Größe meiner Schrift einstellen. Und dann habe ich hier die Themen, die Viewports und so weiter und so fort. Wir brauchen aber die Add-ons. Hier habe ich schon einige installiert. Also diese beiden, darum geht es. Und wie finden wir die? Ich gebe jetzt hier oben, wo die Lupe ist, einfach mal Tree ein. Also Englisch Baum. Und dann finde ich dieses Add-on. Kann ich hier auch aufklappen. Dann habe ich hier die Dokumentation. Und hier sogar ein Bug-Report. Und das Ding, der Baumgenerator, den kann ich jetzt einfach hier mit aktivieren. Und dann habe ich ihn schon in meinem Programm zur Verfügung. Und zwar hier. Unter Add und dann Curve. Da unten ist er. So, was ist denn jetzt überhaupt eine Curve? Fangen wir da nochmal kurz mit an. Ich werde jetzt mal einfach Add Curve machen. Und zwar eine Baiser-Kurve. Da ist er. Sieht schon aus wie ein halbes Blatt in dieser Form. Da könnten wir vielleicht auch mal ein Blatt erstellen. Das mache ich jetzt, indem ich auf die Tabulator-Taste drücke. Und so sieht eine Baiser-Kurve aus. Ich habe hier einen Endpunkt, einen Anfangspunkt und hier solche Handle nennen die sich. Das sind so eine Art Tangenten. Wenn ich jetzt den oberen Punkt hier auswähle und dann G drücke für Grab, kann ich diese Tangente bearbeiten. Hier kürzer machen und die zieht jetzt hier so hoch. Ja, und damit könnte ich dann schon eine Blattform erzeugen. Hier unten machen wir einfach mal folgendes. Wir schließen den Punkt mit diesem. Also die beiden Punkte habe ich jetzt ausgewählt, indem ich die Shift-Taste festgehalten habe. Da kann man ja immer mehrere Punkte mit auswählen. Egal was es ist. Mehrere Objekte, mehrere Vertices, mehrere Flächen. Und jetzt halte ich die Alt-Taste fest und drücke C. Und jetzt wurde diese Kurve geschlossen. Jetzt ist das natürlich hier oben nicht so schön. Da möchte ich jetzt hier vielleicht mit runter gehen. Go. Verzieht er den. Den setzen wir jetzt nochmal in die Mitte. Und diese Handle sind irgendwie starr. Und das kann man aber auch ändern, indem ich hier auf die Control Points gehe. Dann auf Set Handle Type, dieser Tangententype. Gehe da mal auf Free. Jetzt da drauf. Mit Go. Und kann jetzt hier so eine Plattform erzeugen. Hier unten müssen wir auch nochmal drauf. Auch den würde ich dann nochmal umändern. In eine freie Form. Und den Punkt nochmal verändern. Okay. Das wäre jetzt meine Kurve für mein Blatt. Dann möchte ich noch kurz auf den Begriff eingehen. Bevel heißt das. Ihr kennt das wahrscheinlich von dem Würfel, wenn man die Ecken so abrundet. Also so eine Phase. Hier drunter unter Kurve. Dann habe ich sogar eine 3D-Kurve. Das ist jetzt dieses Ding. Das habe ich jetzt mal umgestellt als 2D-Kurve. Und unter Geometrie findet ihr den Punkt Bevel. Und wenn ich jetzt mit diesem Bevel-Wert hochgehe, dann wird das Ganze dicker. Und auf diesem Prinzip beruht unser Add-on für die Bäume. Ja, vielleicht können wir dieses Ding noch gebrauchen. Ich werde das jetzt mal konvertieren zu einem Mesh. Ein Mesh-Objekt, so wie das unser Würfel war. Drücke die rechte Maustaste und dann Convert to. Umwandeln zu einem Mesh. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal im Edit-Modus an. Also Tabulator-Taste gedrückt. Und jetzt haben wir hier die ganzen Punkte. Jetzt drücke ich die Taste F für eine Fläche, Face. Und jetzt hätte ich eigentlich schon ein Blatt. Könnte ich das hier oben, diese Baiser-Kurve, auch mal Blatt nennen. Rotiere das nochmal um 90 Grad, beziehungsweise um 180. Dann habe ich die Spitze oben. Könnte das jetzt nochmal bearbeiten. Den wähle ich an. Und jetzt möchte ich das proportional editieren. Könnte den ja jetzt so rausziehen. Und dann nehme ich mir dieses Symbol. Drücke auf G. Ein bisschen kleiner mit der Maus. Und dann ziehen wir das hier vielleicht mal in die Länge. Nochmal G. Nochmal ein bisschen kleiner. Und dann so eine Spitze erreichen. Da ist unser Blättchen fertig. Könnte noch ein Stiel dran. Nehmen wir den hier unten. Und den ziehe ich jetzt ein bisschen runter hier. Dass ich einen Ansatz für den Stiel bekomme. Die beiden wähle ich aus. E für Extruieren. Und dann können wir das hier einfach so runterziehen. So. Gut. Mal gucken, ob wir es noch brauchen. Jetzt bauen wir uns erstmal so einen Baum. Hier auf Add. Auf Curve. Sampling Tree Gen. Ja und das war es. Ich habe hier schon meinen ersten Baum. Da haben wir zum Beispiel hier so eine Trauerweide. Dann haben wir einen kleinen Ahorn. Das ist glaube ich hier eine Tanne, eine Fichte, ein japanischer Ahorn, eine Birke. Und hier haben wir nochmal eine Weide. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, habe ich hier plötzlich so eine Trauerweide. Ne, Trauerweide war da oben. Und wenn ich jetzt hier auf die Weide drauf klicke, ja ist es mit meinen Einstellungen schon vorbei. Und das ist jetzt eine Kurve. Also das seht ihr, wenn ich jetzt hier auf Tabulator gehe, nehmen wir mal hier den Punkt raus. Da sehen wir die beiden Händel. Jetzt suche ich mal G. So, das ist der Ass da oben. Ich dachte, ich hätte hier den Stamm schon erwischt. Nehmen wir den mal. Dann kann ich den Baum hier ein bisschen zappeln lassen. Bei Harry Potter. Ich divide auch um sich. So, das wollen wir jetzt aber nicht. X, Delete, weg damit. Und nochmal einen neuen Baum. Add, Curve, Sample Tree Gain, also in der Baumgenerator. Jetzt gehen wir mal hier die einzelnen Punkte ein bisschen durch. Die Geometrie. Hier haben wir einen Haken für Bevel. Da seht ihr, hier haben wir wieder die einzelnen Kurven. Und hier habe ich die Kurvenauflösung, also Curve Resolution. Wenn ich die auf 1 setze, habe ich hier wirklich so harte Striche. Würde sie mindestens auf 2 lassen. Oh, da ist so eine 2 rein. Sonst sieht das wirklich nicht schön aus. Viel höher möchte ich jetzt nicht gehen. Ich habe ja mein Aufnahmeprogramm noch laufen. Setzen wir das wieder rein und gehen mal zu dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der Radius, der Astradius. Hier haben wir wieder unseren Bevel. Hier unser Verhältnis zwischen den einzelnen Ästen. Wenn das so runter geht in diesen einzelnen Ebenen und diese einzelnen Level. Und was ich hier eigentlich nur mache, ist, ich könnte jetzt hier den Radius meiner Äste etwas erhöhen oder verringern. Und da so einen Gestrüpp raus machen. Da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig drüber gehen. Wenn ihr hier was verreist, dann kann euer Computer relativ schnell abstürzen. Egal wie schnell er ist. Gehen wir ein weiter. Da haben wir das Splitting, das Ast Splitting. Also die Aufteilung. Wir haben hier Level 2. Das bedeutet, ich habe hier den Stamm. Und da kommen sofort zwei größere Äste raus. Wenn wir da mal hochgehen, dann haben wir plötzlich 4 und 5 und 6 und 7 und ganz ganz viele. Das sind alles die Teilungen, die hier aus dem Stamm kommen. Ich mache das auf 0. Ich will nur einen Stamm. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist es auch ein Bug. Ich habe hier plötzlich eine Teilung von 1. Obwohl ich hier oben 0 reingeschrieben habe. Ich habe festgestellt, wenn man hier die Split High auf 0 setzt, dann habe ich hier wirklich mal einen Stamm, der sich hier nicht aufteilt. Das Level hier oben, das werden wir auch nochmal erhöhen. Das setze ich mal so auf 3. Und schon haben wir hier wesentlich mehr Äste. Die ganzen Äste stelle ich hier ein. Da haben wir unseren Stamm. Aus dem Stamm kommen dann 55 Teilungen. Da würde ich jetzt mal ein bisschen runtergehen. Sagen wir mal 40. Und von diesen 40 Ästen, da kommen dann wieder ein paar Äste. Da gehen wir hier auch mal eine 20 ein. So kann ich die Baumform nach und nach bestimmen und den Baum konfigurieren. Und wenn mir das dann gefällt, kann ich es ja hier vorne unter Geometrie mit eigenen Namen abspeichern. Hier schreibe ich jetzt einen Namen rein. Hier schreibe ich jetzt einen Namen rein. Mein Baum. Und dann auf Export Preset. Und dann müsste der hier eigentlich auch dabei sein. Geiser, mein Baum. So sieht er aus. Und wenn ich mich jetzt hier verklicke, dann kann ich immer noch mit diesem Preset zurückkommen, dass ich dann einen neuen Baum dann erstelle. Machen wir gleich nochmal. Wo waren wir? Beim Splitting, bei der Teilung. Jetzt gehen wir ins Wachstum. Da kann ich zum Beispiel mit dem Level 0, 0,8, die Höhe meines Dammes beeinflussen. Ich mache jetzt mal 0,6. Und hier habe ich noch einen Down Angel. Das heißt, ich könnte die Äste, die hier unten sind, auch nochmal ein bisschen hochziehen. Und hiermit beeinflusst ihr den Astwinkel. Und wenn mir das hier unten nicht gefällt, zu lang wird, dann kann ich das auch beschneiden. Das mache ich mit dem nächsten Punkt. Wenn wir das mal einblenden hier, dann bekomme ich solche Linien. Und wenn ich jetzt mal die Breite ein bisschen einschränke, sagen wir mal auf 14, haben wir das Ganze zusammengesetzt. Breite will ich nicht einschränken. 0,5. Oh, maximale Breite. Aber hier könnten wir vielleicht mal ein bisschen zurechtstutzen. Basis vielleicht hier enden lassen. Ich trage hier jetzt lieber mal ein paar Werte ein. Jetzt habe ich den hier ein bisschen gestutzt. Gut. Ich glaube, den speichere ich mir nochmal ab. Unter Geometry, Override, Export, Preset. Gehen wir nochmal weiter. Hier, Leaves, das sind die Blätter. Gucken, ob ihr das jetzt nimmt. Die Blattform, also dieses hier. Und dann drücke ich mal auf Show Leaves. Na, ist das wirklich mein Blatt? Ich weiß es nicht. Kann die Blätter jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Das müsste ich dann anders machen über einen Emitter. Könnten wir vielleicht auch nochmal in einem Video machen, wie man mit den Blättern ein bisschen besser arbeitet. Und zwar dann mit einem Partikelsystem. So, das Blatt blenden wir aus. Das soll auch nicht gerendert werden. Wir haben jetzt hier unsere Blätter noch ziemlich groß. Und deswegen werde ich die Skalierung mal auf 0,2 ändern. So, was das jetzt für ein Baum sein soll? Keine Ahnung. Irgendwie aus dem Labor. So, jetzt klicken wir hier drauf. Und schon ist mein Baum fertig. Und wenn ich jetzt nochmal so einen Baum haben möchte, dann gehe ich wieder auf Add, Earth, Baumgenerator, mein Baum. Wunderbar. Den will ich haben. Reset. Da ist er. Der soll jetzt auch noch ein paar Blätter kriegen. Ein paar Leaves. Diesmal nehmen wir aber diese hexagonalen Blätter. Bauen wir die. Und lassen wir uns die auch nochmal anzeigen. Und irgendwie sieht der schon wieder anders aus als dieser hier. Ich würde sagen, die sind ganz schön unterschiedlich. Den löschen wir. Und wenn ich jetzt hier wieder in den Baum reingehe, auswähle, Tabulator-Taste drücke, dann sehe ich wieder, ah, das ist ja eine Kurve. Sehen wir hier oben auch. Da haben wir die Kurve. Und das wollen wir jetzt ändern. Mit der rechten Maustaste, Convert to Mesh. Nochmal klicken. Und nochmal in den Edit Mode. Da sehen wir jetzt unsere Punkte. Also das ist jetzt ein Mesh. Die Blätter sind sowieso ein Mesh. Alles in Ordnung. Jetzt möchte ich den Baum texturieren. Also eine Farbe verpassen. So sieht er ja nicht echt aus. Dazu gehe ich es in Shading. Gehen wir hier einfach auf den Stamm. Gehe auf New für ein neues Material oder eine neue Farbe, wenn man es so will. Machen wir mal einen Doppelklick und machen einen rosa Baum daraus. Oder einen blauen Baum. Egal. Aber ich wollte ja einen fotorealistischen Baum. Da hole ich mir mal hier so ein paar Texturen rein. Und da habe ich zum Beispiel hier so eine Baumrinde. Nehme ich und ziehe die jetzt einfach hier unten rein. Und diese Textur, dieses Bild, wird jetzt umgewandelt als ein Node. Das ist dieser Knotenpunkt. Das sind hier übrigens alles Nodes. Und den verbinde ich jetzt mit dem Color Ausgang hier in den Base Color Eingang. Und siehe da, wunderbar texturiert. Also das ist hier unser Bild. Das ist unser Material Ausgang, den wir sehen. Und das hier ist ein riesen Shader mit allen möglichen Einstellungen. Hier habe ich zum Beispiel Spekular für den Glanz. Den nehmen wir mal runter. Die Rauheit setzen wir hoch. Und jetzt versuche ich hier noch mehr Struktur reinzubringen. Und dafür nehme ich mir noch eine neue Node. Add, Search, gebe ich hier oben Bump rein. Da ist sie, muss ich nochmal draufklicken. Da habe ich jetzt meine Bump Map. Und die benutze ich, um da mehr Struktur reinzubekommen. Color. Dann gehen wir hier auf die Normale. Das setzen wir dann hier auch auf unsere Normale. Und jetzt kann ich hier über diesen Regler, wenn wir es jetzt hier oben gucken und hier unten, kann ich das etwas beeinflussen. Hat sich jetzt hier nicht so viel getan. Da gibt es extra noch Bilder, die für den 3D-Effekt verantwortlich sind. Man sieht es jetzt hier, glaube ich, nicht so gut. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, ob das Material hier so gut draufgesetzt wurde. Dafür würde man ein UV-Mapping benutzen. Also UV. UV nimmt man deswegen, weil XYZ ja schon weg sind. für unsere Koordinaten hier in diesem Raum. Da haben wir ja X und Y und Z. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dieser Stamm, das ist ja ein Zylinder, den würde man abwickeln. Das heißt, den schneide ich der Länge nach auf. Also würde ich jetzt hier so einen Schnitt in der Rinde machen und die Rinde abpellen, dann hätte ich ein Rechteck. Das heißt, ich mache aus einer 3D-Form ein 2D-Objekt, eine Fläche, und auf diese Fläche kann ich dann ein Bild legen. Das macht man hier im UV-Editing. Da ist meine Fläche. Ich klicke jetzt mal hier einen Punkt an. Habe einen ausgewählt. Drücke A. Und jetzt sehen wir hier alle diese Punkte. Und ich glaube, das ist schon perfekt hier. Das sind meine Punkte. Mal G drücke. Giebe das mal zur Seite. Dann sitzt das genau hier drauf. Vielleicht machen wir es ein bisschen größer. Und gucken uns das hier im Render-Modus an. Und diese UV-Koordinaten, die setzt man dann im Shading nochmal rein über Add. Input. Und dann UV-Koordinaten nehmen und dann da so einsetzen. Und dann hat er das jetzt hier gemacht. So, das wäre so die Struktur, dieser Aufbau, dieses Materials. Muss man so kompliziert nicht machen. Ihr könnt ja auch rosa Bäume machen. Alles kein Thema. Aber mit dieser Textur, denke ich, ist das ganz einfach. Hier reinziehen das Bild und dann den Color-Ausgang mit dem Color-Engang verbinden. So, sind wir damit fertig. Jetzt gucken wir uns mal so ein Blatt an. Jetzt habe ich hier die Blätter ausgewählt. Hier auf New. Und auch hier möchte ich das so machen. Hatte ich nämlich auch eine Textur gefunden. Dann nehmen wir vielleicht mal unser Blatt. Ziehen und fallen lassen. Hier rein. Und damit habe ich hier genau dieses Bild. Da seht ihr auch den Bildnamen. Könnt ihr vergleichen. Das ist diese PNG. Verbinde ich den Color hier mit der Base Color. Und den Alpha verbinde ich euch mal mit dem Alpha-Kanal. Ja, das hat er nicht so schön gemacht. Dann müssen wir noch mal ins UV-Mapping. So, hier sieht man, dass es jetzt nicht so ganz passt mit der Blattfläche. Ich gehe jetzt auf C, weil das sind hier mehrere Punkte übereinander. Jetzt gehe ich auf dem G. Ich werde das hier ein bisschen tiefer ansetzen, weil ich da oben ja diese Ecke habe, diese Ausbuchtung. So, dann schauen wir uns das noch mal im Shading an. Jetzt passt das hier auch einigermaßen mit diesen Strukturen. Jetzt haben wir aber bei Blättern noch folgendes Phänomen. Nein, die sind so dünn, dass die Sonne durchscheint. Dazu hole ich mir noch einen Node rein. Der heißt Translution. Da ist er. Und jetzt kann ich den noch nicht so einfach dazwischen setzen. Da brauche ich noch einen Node. Add. Und ja, es ist ein Add Shader. Einfach mal Add hier rein. Da ist er. Add Shader. Und dann, und diesen hier. Der kommt jetzt hier rein. Und das sieht noch ein bisschen grausam aus. Und deswegen müssen wir noch hier den Color hier reinsetzen. So, das wäre jetzt unser Baum. Gehen wir wieder ins Layout. Machen wir noch eine Plane da drunter. A, Mesh, eine Plane, S. Und da möchte ich auch noch eine Textur drauf machen. Also wieder in Shading. Also erstmal New. Und dann ziehen wir uns mal hier so eine Schlammtextur oder was immer das sein mag. hier rein. Ich bin das auch hier drauf. Also so ein paar Steine sind das. Spekular runter. Brauheit auch runter. Was jetzt noch ein bisschen komisch ist, ist diese glatte Fläche. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ins Layout oder ins Modeling. So. Und das Ding werde ich jetzt nochmal unterteilen. Rechte Maustaste Subdivide. Ruhige Unterteilung von D. Alle selektieren. Nochmal ein Subdivide. Nochmal. Also 8 lieber. Und jetzt gehe ich ins Scalping. Damit kann man modellieren. Höpferkursus. Nehmen wir den Radius ein bisschen größer. Und heben das hier ein bisschen an. Oder so einen kleinen Hügel. Und den Baum. Setzen wir uns vielleicht mal ein bisschen auf diesen Hügel drauf. Ich gucke mir das mal mit der 1 an. Und da machen wir nochmal ein Moose drauf. Und gucken uns das jetzt mal an. So sieht das jetzt aus. Wir suchen uns eine schöne Stelle aus, wie wir das rendern. Das soll vorne sein. Und so. Säurengalde 0. Wir gehen mit der Kamera. Und Taste F12 zum Rendern. Das wäre jetzt unser fertiger Baum. Halbwegs realistisch. Wir können da vielleicht auch nochmal ein anderes Video zu machen mit den Blättern. Das ist jetzt nicht die super Methode, um Blätter drauf zu kriegen. Meistens wären die dann nur hexagonal. Da kann man noch ein Partikelsystem machen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, Blätter im Nachhinein noch zu ändern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Und abonniert doch vielleicht auch meinen Kanal, falls das noch nicht schon getan hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.